Hallo liebe Freunde der schnell laufenden Zweitakter und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute wollen wir uns mal anschauen, wie sich das für unser Projekt S51 Zylinder auf den Serienzustand zurückgerüstete Mobel so fahren lässt und welche Geschwindigkeiten damit erreicht werden. Für alle, die hier noch nicht von Anfang an mit dabei sind, wir fahren hier eine S51 mit Viergangmotor zurückgerüstet auf einen 50 Kubik Almot Zylinder mit 16mm BVF-Vergaser, Serienluftfilter und Wabenzündung mit einem Zündzeitpunkt von 1,8mm vor OT. Auch die 1534er Übersetzung entspricht hier dem S51 Serienzustand und verbaut ist ein MZA Nachbauauspuff mit originaler Krümmerlänge. Krümmerlänge 40 km 70 km 75 km 50 km 79 km 50 km 30 km Untertitelung des ZDF, 2020 Wie es schon zu erwarten war, werden hier mit der originalen S51 ziemlich genau 60 kmh erreicht. Schauen wir uns als nächstes die Beschleunigung vom ersten bis in den vierten Gang an. Untertitelung des ZDF, 2020 Man reißt damit natürlich keine Bäume aus, aber ich muss sagen, für den zusammengewürfelten Nachbaukram ohne irgendwelche Anpassungen fährt sich das Ganze doch besser als gedacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Auch im mittleren Drehzahlbereich lässt sich das Ganze recht angenehm fahren. Ich denke, dass im Verlauf dieser Videoreihe da doch einiges möglich sein sollte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Fahren wir nun nochmal die Strecke ab, auf der wir vor einiger Zeit getestet haben, ob mit einem Serienmobil wirklich über 70 kmh möglich sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Auch die längere Steigung lässt sich hier mit ca. 80 Kilo Fahrergewicht mit einem S51 Almot Zylinder problemlos im vierten Gang fahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn es leicht bergab geht, sind natürlich auch mit einem Serienmoped über 60 kmh möglich. Abschließend kann man hier sagen, das Ganze fährt sich nicht so schlecht, wie ich es mir vorgestellt hatte. Im nächsten Video werden wir dann mal schauen, ob sich der positive Eindruck auch auf dem Prüfstand bestätigen lässt. Das war es schon mit der ersten Testfahrt zu unserem Projekt S51 Zylinder. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.